Fans sehen das, ich habe gerade einige fantastische Neuigkeiten erhalten und werde jetzt alles enthüllen, was passiert ist. Stellen Sie also sicher, dass Sie den Kanal bereits abonniert haben, damit Sie diese Neuigkeiten nicht verpassen. Bremen in riesigen Schritten kommt das Jahresende näher, eine kurze Gelegenheit zum Durchschnaufen. Doch angenehm wirklich und erholsam dürfte die Pause für den SV Werder Bremen nur sein, wenn die Punkteausbeute bis dahin stimmt. Vier Parteien stehen noch auf dem Programm, nach dem jetzigen Duell mit dem VfB Stuttgart, Samstag, 18 Uhr und 30 Minuten im Deichstubeleiftika, folgen noch Spiele gegen den FC Augsburg, Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig. Da gibt es viel zu gewinnen, aber eben auch viel zu verlieren. Ich sehe es schon so, dass die Richtung Weihnachten extrem wichtige Spiele für uns sind, die auch eine Richtung vorgeben können, sagt Trainer Ulle Werner deshalb. Auch wenn man das Bochum-Spiel im Januar noch mit hinein nimmt, uns allen ist die Wichtigkeit der nächsten Spiele bewusst. Normalerweise ist Werders Chefcoach dafür bekannt, dass ihn tabellarische Momentaufnahmen ziemlich kalt lassen. Insbesondere dann, wenn erst zwölf Spieltage absolviert sind. Doch dieses Mal ist das anders. Ich gucke schon auf die Tabelle, das tun wir alle, erklärt der 35-Jährige. Wir wissen sie schon zu lesen, und es hat sich relativ früh abgezeichnet, dass du unten sechs, sieben Mannschaften hast, die sich schwer tun zu punkten und vom Leistungsvermögen vermutlich recht nah beieinander sind. Aktuell ist Werder Bremen zwölfter und somit quasi Teil der Spitzengruppe dieses Extra-Grüppchens. Doch die Abstände sind gering. Lediglich fünf Zähler trennen die Bremer vom Tabellenende. Ein Polster, das schneller mehr Komfort bieten soll. Eine Einschränkung schickt Ulle Werner dennoch direkt hinterher. Das heißt aber nicht, dass wenn es jetzt super läuft, wir uns nach dem Bochum-Spiel mit völlig neuen Dingen beschäftigen. Hallo Werder-Fans, wird Werder ihrer Meinung nach Stuttgart schlagen oder nicht? Was ist deine Meinung? Schreiben Sie es in die Kommentare, denn es ist sehr wichtig für unser Bremen. Bleiben Sie dran, ich informiere Sie jederzeit über die neuesten Nachrichten von Werder Bremen.